herzlich willkommen zu der folge fischkopf tv hier ist euer fischkopf wir spielen weiter bei der schockinternet und ich muss da lang ich weiß nicht was was müssen wir euch gerade machen in diese bild was was war jetzt der plan mädchen tanzt ihm so gut wie ein armes hier sollte der hat sich irgendwie gerade selber umgebracht das finde ich lustig so skurrile szene die wir da beobachten müssen hat er da getanzt mit einer puppe oder eine leiche das ist ja auch vielleicht auch noch mal interessant gewesen vielleicht will ich das auch eigentlich gar nicht wissen blöderweise ein bisschen bisschen munition verbraucht so der ist noch mein freund aber nicht mehr lange deswegen schieße ich jetzt auf den oh shit da ist so eine tesla geschichte was macht die jetzt gar nix wieso läuft er nicht jetzt lauf doch du arsch schild hier wir sind ja eigentlich freundlich hat schaut es ist bringt das ja nichts das bist du gerne wo ist er noch einer geschichte was noch lang noch lang also ich habe schon noch geladen so dass ich jetzt selber es gibt noch einen sagt was war das denn immer alle her ja das ist ja sehr gut und ein schuss um, wumm, raus, wumm, 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 oh, da kommt einer, da kommt einer, oh, Moni, 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 gut, ich brauche, ich brauche, ich, äh, liebe, liebe Elisabeth, ich brauche bitte unbedingt Leben. Sag mal, du hast es aber auch nötig, ne? Oh, hier ist eine andere Nase, die rettet uns das Leben. Ah, hier war sogar noch mehr Gesundheit drinnen. Jetzt, oh, noch mehr. Wir haben jetzt auch kaum noch Munition, aber das Spiel kennen wir ja bereits, da finden wir bestimmt aber irgendwie demnächst mal was. Wo müssen wir lang? Da hoch. Dann machen wir jetzt auch keine großen Umwege. Ah ja. Hier war ein bisschen was drin. Was ist das? Eine Deckung brauche ich nicht. Äh, wo geht's lang? Was ist hier? Was liegt da? Gar nichts. Hier ist eine Leiche. War eine Orange drin. Hier ist eine Wanne. Ja, ist es gut. So, Elizabeth, weiter geht's. Nicht mal hier lang, äh, durch die Gegend laufen. Einfach nur irgendwie planlos. Das wollen wir nicht sehen. Weiter geht's. Oh, shit. Ah, shit. Ihr Schweine! Guck mal, überall. Überall die Toten. Hier würde ich gerne nochmal nachladen, wenn es geht. Damit ich das nicht machen muss, wenn der nächste Patriot mir auf den Nüssen rumtanzt. Oh. Oh, ein bisschen falscher Knopf. Du musst ein Schloss knacken. Mal sehen. Bitte. Danke. Ich mach die Hand. So, nochmal die Deckung dahin, genau. Ich krieg die kleine. Headshot. Headshot. Noch einer? Nee. Die ist wohl schon. Die ist wohl nicht zu schwer. Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Ähm. Ja, oder? War ich hier hoch? Nein. Lass uns doch mal rein. Sind die Feinde? Nee. Wir kaufen, bitte. Einmal hier vorne. Teufelshilfe. Fügt Minicluster. Ja, das kaufen wir jetzt. Das finde ich irgendwie besser. Dann ist das auch voll ausgerüstet. Sag mal, hab ich jetzt nur noch zwei... Ich hab nur noch zwei Kohle. Gib mal bitte Kohle. Danke. Deine neue Frisur ist gar nicht so schlimm. Die ist gar nicht so kacke, wie ich erst dachte. Da machen wir kein Geld. Geh mir mal mit dem Schloss. Bitte. Dieses olle Schloss? Naja, ich könnte es natürlich auch mit meiner Panzerfaust aufschießen, aber... So. Bräuchte ich dich auch nicht mehr so richtig, ne? Hier ist noch Ausrüstung. Siehst du? Gut, dass ich hier reingegangen bin. Das Springen von oder an eine Skyline gewährt kurzzeitig Unverwundbarkeit. Brauche ich nicht. Nehme ich mit. Brauche ich aber nicht. Brauche ich nicht anlegen. Hier ist auch nichts. Was ist hier? Haben wir hier noch was Interessantes. What? What? Oh oh. Hihihihi. Wo ist es? Bams. Bams. Wofür brauchst du denn Zeit eigentlich? Was ist denn noch einer? Ne, der hat sich selber umgebracht. Oh, das tut mir immer so leid. Was hin, ne? Ein bisschen. Bisschen Leben haben wir verloren. Nicht viel. Aber jetzt ist hier nix mehr, ne? Hier ist noch irgendwas. Das ist Adenvoxophon. Adenvoxophon. Sally. Der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Box den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Da hat sie in der Salty Äußer eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewacht. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen. Aber... Aber... Äh, 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 äh. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster... Ups, ist das jetzt pausiert? Nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Ja, es ist pausiert, das wollte ich aber gar nicht hier. Aber durch sein Geld konnte das Lutezfeld zum Lutez-Riss werden. Zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Äh, woa, ihr zwei ein bisschen abgelenkt. Jetzt müssen wir uns vielleicht gleich nochmal anhören. Ich, ähm... Ich hab Leben verloren. Ihr Schweine! Noch einer irgendwo? Wo denn? Wo denn? Ah, da. Da, 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 da. Und er ist Geschichte. So. Der Verkaufsautomat verkauft mir doch bestimmt Munition für den Korobiner, ne? Voll. Geil. Und ihr habt noch 10 Dollar. Richtig viel. Hier ist etwas Geld. Oh, cool. Perfekt geteilt. Noch 11. Manchmal gibt sie einem auch viel mehr, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Die gibt einem manchmal so richtig viel, richtig, richtig schön viel Kohle. Hier liegt noch irgendwas, äh, uninteressant. Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Ja. Es gibt kein Zurück. Ja. Aber die Bar ist noch nicht hier irgendwo, oder? War die Bar hier irgendwo? Ne. Komm, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Weiter geht's. Neu ist immer besser. Das hat Bonnie schon immer gesagt. Ist das die Bar? Ist doch nicht die Bar. Komm ich hier rüber? Ist hier das Knöpfchen? Ne. Hier konnte ich gar nichts machen. Sogar. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Ich hab alles ausgegeben. Elevator. Ähm, okay, der geht ja auch nicht. Aber hier ist irgendwas. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir in so einen Narren. Jetzt müssen wir... Oh, ne. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das wird ja hier... Was denn? Was denn? Was? Ach, hier. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Coats zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren. Was denn jetzt? Oh, sch... Oh, sch... Oh, sch... Oh, sch... Ich steck dich! Und was ist das eigentlich hier? Dieser Vogel geht mir total auf den Sack Hast du es? Das heißt, war das jetzt Hieß das, ich soll sie dann töten oder was? Mit der Hand an den Hals und alles War das, was du gerade mir sagen wolltest? Bist du nicht ganz dicht, Lady? Und was ist jetzt eigentlich mit dem Halsding? Ich habe doch damals Irgendwie in einer der ersten Folgen dann Für sie ausgesucht, dass sie diesen Vogel auf dem Hals hat Nicht den Käfig Was hat das damit auf sich? Ich bin total gespannt Vielleicht dachte das Mädchen, dass nach Fitzroy's Tod Alles zu Ende sein würde Aber es gibt noch mehr Von ihrer Sorte Drücke und halte rechte Maustaste Während Ladung ausgerüstet ist Um noch heftiger anzugreifen Kraft-Kombo Oh Okay Ich seh nix Ich seh nix Jetzt seh ich Was? Ja Die kloppen sich hier Die geben sich recht wieder auf die Schnauze gegenüber Ah Was? Fertig Hä? Mosquito Der schießt jetzt auf Leute Aber was mach ich jetzt? Wo kann ich jetzt? Ah ja Hui So Leute Ich bin bereit für euch Wo seid ihr? Wo? Was? Oh 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 Okay Ähm, ähm, ähm Der könnte mal auf meiner Seite arbeiten Genauso wie der da Ding für getoten So ungefähr Dann Wir bringen uns den doch mal auf unsere Seite Schauen wir mal die kennstelle nicht für uns Oh shit Jetzt pass mal auf Wir machen was anders Geben wir mal Gesundheit Oh shit, ich bin ja fast tot Jetzt fängt das schon wieder an, ne? Jetzt Jetzt geht's hier wieder richtig ab Ich muss die andere Kraft einsetzen Das passiert Yes So was Und jetzt muss ich nur noch den anderen Typen da finden Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Da So, komm mal her Freund Vogel Oh, jetzt ist er da irgendwo hingesprungen Hier Salze Hier Salze Jawohl Danke Gutis Timing Wo sind alle? Da Na Komm Ja Wo ist er? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hä, wo ist er wieder hin? Die verschwinden einfach wieder Ah, da ist er ja Wo ist er hin? Da oben war glaube ich einer, der Äh Diese Sachen gemacht hat Wer sagt Uh Ah Headshot Headshot Oh, da geht kein Headshot Ah Zack Ähm Jetzt ist die Folge Überlänge Wo denn? Wo ist er? Können wir das mal wiederholen? Guck mal hier hoch kurz Wo geht's hier hin? Ui Und hier Äh, das wollte ich nicht Andersrum Gucken wir da mal hoch Jetzt können wir hier hin Was? Oh shit Oh Crazy Shit So Kollege, wo bist du? Na dann Wo ist der Handyman? Zack Zack Oh shit Was? Oh man, das wird doch nix hier Das wird doch nix hier Das wird doch nix hier Oh shit Alles raubauen, was ich habe Und ich hab gleich keine Munition mehr Wo ist er? BAMS BAMS Oh Meine Gesundheit Ich häng fest, ich häng fest Ja, geh mal her Aber ich bin trotzdem gleich tot Das werde ich nicht überleben Hat er überhaupt Leben verloren? Oh shit Meine Schilder sind wieder kaputt Oh Und das war's Nicht aufgeben Gut, Freunde Den, äh Bestes Kampfes Naja, nee Oh shit Okay, machen wir die Folge noch weiter Das ziehen wir jetzt durch Das ziehen wir jetzt durch Wo ist der Scheißding? Anvisieren Y Wo bin ich denn? Wo sind alle? Und wie visiere ich sie jetzt an? Ah Ich bin gar nix Okay, wo ist der Handyman? Wo ist der Handyman? Ist der eigentlich? Ist das? Was ist denn mit dem? Ich bin am Suchen Äh Der stand da einfach so rum Munition Hier, Munition Ja Das war der Raketenschießband Hey Betonung nicht auf wahr Seifen geschützt Brauche ich nicht Wo muss ich eigentlich hin? Was? Wo? Okay Und dann? Muss ich vielleicht Wo muss Was ist eigentlich hier? Kann ich hier irgendwie Warte, wäre nicht mehr Panzerfaust dabei? Kann ich nachladen? Nee Wo ist denn der Handyman jetzt hin? Der war doch noch gar nicht tot Köder? Na dann Schon dabei Wie geil ist der Köder? Sieht so DeWitt aus? Man weiß es nicht Hä? Die Maus zeigt Äh Maus zeig schon Okay Zeig dahin Jetzt zeigt er dahin Jetzt zeigt er dahin Jetzt zeigt er dahin Jetzt zeigt er dahin Oh Hier geht's weiter Okay 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 liebe Freunde Dann machen wir jetzt Hier den kleinen Cut The Founders Will Bleed Vielen Dank fürs Zuschauen Gerne einen Daumen hoch Ansonsten sehen wir uns Ja in der nächsten Folge Bis dann Euer Schmischkopf Tschüss